Herzlich willkommen zu unserem heutigen SHK-TV-Magazin. Die Sanierung einer alten Klimaanlage durch ein besonders montagefreundliches und umweltfreundliches System haben wir bei der Volksbank in Neuhof bei Fulda begleitet. Die Volks- und Genossenschaftsbank Fulda hat ihre Niederlassung in Neuhof mit energiesparenden Klimageräten ausgestattet. Ursprünglich ging es darum, die alte Klimaanlage wieder instand zu setzen. Dabei stellte sich jedoch heraus, dass diese Anlage noch mit dem umweltschädlichen Kältemittel R22 betrieben wurde. Da die Volksbank sowohl in wirtschaftlicher als auch in ökonomischer Hinsicht eine Vorreiterrolle einnehmen wollte, wurden sämtliche alten Klimageräte gegen neue und energiesparende Wasseraggregate ausgetauscht. Das Replace-Verfahren von Mitsubishi Electric bietet die Möglichkeit, die vorhandenen Rohrleitungen weiter zu nutzen und später wieder an die neuen Geräte anzuschließen. Das in der Altanlage verwendete ozonschädliche Kältemittel R22 wird abgesaugt und der Entsorgung zugeführt. Die neuen Klimageräte haben den Vorteil, dass sie wesentlich weniger Energie verbrauchen und so die Betriebskosten senken und die Umwelt schützen. Auch die alten R22 Innengeräte werden durch effiziente R410 Innengeräte ersetzt. Müssten hier zusätzlich noch die Rohrleitungen getauscht werden, wäre der bauliche Aufwand erheblich höher gewesen. Anschließend erfolgt das Einbringen der neuen R410A Geräte. Diese lassen sich aufgrund ihrer kompakten Abmessungen schon sehr viel leichter durch die breiten Öffnungen transportieren. Der Anschluss der Kältemittelleitungen kann unmittelbar nach dem Auswechseln der Geräte erfolgen. Der große Vorteil, es können auch andere Herstellerfabrikate getauscht werden. Beim Anschließen der Kältemittelleitung an das neue R410A Außengerät können die vorhandenen Rohre, wie wir schon bei den Innengeräten gesehen haben, einfach wiederverwendet werden. Auch die Spannungsversorgung und die Kommunikationsleitungen werden wiederverwendet. Dies bietet den Vorteil einer drastischen Zeit- und Materialersparnis bei der Installation. Anschließend wird ein Druck- und Leckagetest durchgeführt. Je nach eingesetztem System sind unterschiedliche Prüfdrücke anzusetzen. Der Prüfdruck wird abgelesen, die Anlage vom Prüfungsdruck entspannt. Anschließend wird Vakuum gezogen. Dann wird die Anlage mit dem ozonneutralen Kältemittel R410A befüllt, wie hier zu sehen ist. Die Spülfunktion erfolgt mit der innovativen Replace-Technologie automatisch. Die Betriebsart Kühlen oder Heizen wird je nach Außentemperatur vom Gerät selbst eingestellt. Für den gesamten Spülvorgang benötigt man etwa zwei Stunden. Nach Ende der Rohrspülung befüllt sich das System selbsttätig mit dem neuen Kältemittel. Danach geht die Anlage in den Normalbetrieb über und kann sofort eingesetzt werden. Die weltweit patentierte Replace-Technologie sorgt für eine schnellere Montage bei laufendem Betrieb und geringeren Investitionskosten von bis zu 30 Prozent. Das war unsere Berichterstattung aus Neuhof. Am Donnerstag sind wir mit den aktuellen News aus der Branche wieder für Sie da. Ich hoffe, wir sehen uns. Bis dahin, alles Gute!